so meine freunde der sonne servus und herzlich willkommen zu diesem neujahrsvideo wir haben heute den 31.12.2019 und ich muss schon mal sagen happy new year ein frohes neues jahr ein frohes 2020 ich muss euch noch mal herzlich danken dass ihr mir so tatkräftig unter die arme gegriffen mit den ganzen projekten mittlerweile fertig haben und so weiter und so fort über 200 videos hochgeladen in den letzten in der letzten zeit einiges geschafft ich kann euch wenn ich es jetzt hinkrieg ich habe jetzt den anderen bildschirm wir haben noch mal mächtig zugelegt wir haben jetzt zwar ein paar abonnenten verloren das ist aber mir eigentlich ziemlich lade was relativ wurscht ist aber wir haben schon mächtig abonnenten zubekommen in der letzten zeit deswegen noch mal danke an alle ich habe mittlerweile wie ihr wisst die playstation 4 ich habe jetzt auch playstation vr das heißt das bekommen auch ein paar plästischen vr titel es wird sich in den videos ein bisschen vielleicht ein bisschen was ändern ich werde jetzt mehr mit einblendungen arbeiten erwähnungen zu instagram twitch und so weiter und so fort wir uns auf twitch noch nicht abonniert hat er sollte das bitte tun ein abonnenten ja auch ein paar streams geben was geplant ist ich weiß dass man auch für dieses jahr schon geplant und dieses jahr habt ihr ja gesehen kam ich gar nicht dazu mit arbeit und youtube videos ich weiß nicht ob ihr das schon mal so verfolgt habt bei mir wenn es mir jetzt lädt weil es lädt jetzt gerade noch was anderes im hintergrund dauert jetzt ein bisschen ist nicht mein schwaches internet sondern es läuft jetzt gerade noch was anderes ich weiß jetzt nicht ob man das jetzt am besten sieht das sind alles videos die auch geplant hochgeladen sind es geht immer ein video um machen wir es mal ganz auf neun auf fünfzehn zehn auf fünfzehn da kommen immer projekte das wird jetzt auch die nächste zeit so bleiben die uhrzeit und ja ich möchte noch mal vielen dank sagen für die reichhaltigen klicks sorry die reichhaltigen abonnenten das mal wird es natürlich auch noch mal erhöhen es kommt davon noch ein dezember video von vater steht die welt aber nicht heute wahrscheinlich sondern in den kommenden tagen also in dem fall im neuen jahr ich habe jetzt auch mächtig aufrufe dazu gewonnen mit 2000 aufrufe habe ich jetzt in keine ahnung langer zeit schon gemacht ich möchte natürlich noch mal mehr abonnenten meine auf mein kanal bringen folgt uns auf alle fälle auch auch auf twitch da kommen immer wieder neue projekte raus ich möchte auch mehr mit streaming arbeiten das ist so der vorsatz sowie auf youtube als auch bei twitch vorläufig nur projekte die auf dem pc laufen die bei mir auch stabil sein auch vom internet ja jetzt habt ihr gesehen wie bei mir das internet hier läuft noch mal danke dazu ich habe mich in diesem jahr sehr kräftig unterstützt dafür nochmal einen vielen 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 dank ihr seid einfach die besten das muss man jetzt einfach so sagen wir haben uns mega krass gut unterstützt in diesem jahr ich hoffe ihr macht weiter so auch im kommenden jahr wenn es dann mit boxbox legion und cyberpunk zum beispiel in neue projekte geht nächstes jahr kommen die neuen konsolen raus die werde ich mir nicht kaufen meine sind sehr wahrscheinlich ich schätze die kosten 500 600 euro zu teuer das mit nein ich bleib bei meiner 1s solange sie funktioniert und auch bei meiner play sie solange sie geht das wird sich auch nicht ändern so nochmal vielen dank für dieses jahr happy new year auf alle fälle ich hoffe ihr seid auch im kommenden jahr mit neuen projekten wieder am start ich denke schon dass ich eine coole community habe tropico 6 wird wieder kommen ich habe schon ein paar videos vor produziert zu tropico 6 es wird auch dieses projekt geben dazu und ja apix legends wird auf alle fälle auch wieder anlaufen habe ich jetzt nichts machen können weil man laufen immer wieder projekte genau kommt das let's play kommt das let's play kommt noch einiges und ich habe ja gesagt state of decay und hinten kam ich nicht zu so kommt aber noch definitiv kann ich schon mal versprechen aber erstmal ein frohes neues jahr ich hoffe ihr feiert gut ich hoffe wir sehen uns im neuen jahr wieder feiert schön der welt trinken sekt für mich mit ich trinke natürlich auch ein aber wenn ihr wollt kann ich meine video sagen wie ich meine weihnachten und silvester verbracht habe also adios und happy new year für euch bei euch